Äh, you little shit. Gordon Freeman ist nicht zum Sterben erfunden worden. Nein! Ohohohoho. Nein! Scheiße. Oh shit. Oh, ne. So, hier aber. Oh ja, okay. Sie schießen von dort Raketen und ich muss selbst diesen ausweichen. Toll. Nein! Au. Yeah! I can fly. In the sky. Even if I am dead. Hui! Äh, blö. You little shit. You little fucking... Ich hatte das erwartet. Scheiße. Ich habe sogar in Cut, also in Uncut, Zugriff aufs Team. Okay, das finde ich sehr gut. Äh, danke dir. Und so, ne? Weil, äh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sogar Steam damit klappt. Oh Gott. Das war mal wieder eine rasante Farbadee. Erstmal umsehen. Haha. Oh, oh, das sagt aber trotzdem nichts Gutes. Wir werden wohl jetzt in Gefahr geraten. Oh, wow. Oh, nein. Äh, Platsch. Oh, nein. Ich muss hier doch nicht an Land, oder? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe wohl soeben eine neue Waffe erhalten. Ich finde sie, ich empfinde sie als sehr interesting. Wie ich persönlich das schon sage. Oh, nein. Nicht die Stelle. Bitte nicht. Okay, doch. Es ist die Stelle. Die, äh, Shooter. Stelle. Die genau deswegen hier so gemein ist. Die, äh, Shooter. Die, äh, To enough. Die, äh, TO, die, äh. Nein, ich bin nicht so gemein. muss das gerade jetzt passieren Zeit ist Das ist wieder der typische Fraps-Fehler. Die Frames werden sich gleich wieder normalisieren und so lange bleibe ich hier drin. Also diese Marken haben es aber schon so PAM. Eine 4 habe ich nicht. Und dennoch habe ich hier ansonsten schon ein paar interesting Waffen. Und ich habe hier auch schon einen Zweitschuss, wie es aussieht. Finde ich höchst interessant. Ich glaube, das ist so ein Explodierender. Oh, ja, die Frames sind zurück. Ja! Darf ich vorstellen? Und der Zweitschuss der SMG wurde soeben vorgestellt. Nein! Ich bin viel zu voreilig losgestürmt. Das geht... Oh Gott. Den ganzen Schritt nochmal. Ich bin warm. Ja! Ja! Dann halt ganz gut! Oh, oh. So So, wir speichern hier kurz So blöd bin ich schon auch wieder nicht Oh, nö, nö Gut, jetzt habe ich zwar Marknummer Munition benutzt Aber ganz ehrlich, das ist mir so egal So oft benutze ich die ersten sowieso nicht Und zweitens Ist dieser Raum einfach so schon kackschwer Und von daher Wollte ich hier einfach nur noch raus Ach ja, dieses schöne Rumjump hier Und zweitens Oh, fuck, ich bin gleich so tot Oder auch nicht Da waren die Entwickler jetzt aber nett zu mir Oh, die Legs kommen übrigens gerade wieder Wollte ich mal so erwähnen Nein, du Oh, ich bin Euch geht's ja wohl nicht gut Die unterbrechen mich hier eiskalt beim Aufladen So, jetzt warte ich kurz Äh, bis die Frames sich wieder normalisieren Vorher verstecke ich mich hier Wenn die Frames wieder über 40 einzeigen Gehe ich los Weil das ist die Normalanzahl von den Frames Diese Anzahl, die ihr hier gerade seht Sind 15 Das ist wohl die Anzahl Die Frames zeigt Wenn Irgendwie gerade das Spiel meint abzufacken Beziehungsweise Frames meint das, ne Also das liegt an Frames Äh, aber die Story kann Und will ich nicht benutzen Von daher benutze ich lieber Frames Und da ist die Framerate wieder zurück Sie hat mich wieder gern Und da habe ich wohl in ein Ende Okay, mein Momentan ist meine normale Framerate So Das war gerade aber Das war gerade aber wirklich sehr neu komisch Oh 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 Oh